Der Weltraum. Endlos. Und irgendwo die Erde. Ein Winzling im All. Aber groß genug für Milliarden Tiere. Die Großen und Starken kennen wir. Aber was ist mit den Kleinen? Ein paar Etagen tiefer tickt das Leben anders. Schnell und hochdramatisch. Wir begeben uns also in das Land der Kleinen. Wo Termitenhügel zu Gebirgen werden, wo ohne Bungee-Seil gejumpt wird und wo ein Ringsaal zur reißenden Sturzflut wird. Begleiten Sie uns in das Königreich der kleinen Tiere. Sehen Sie die Welt durch Ihre Augen. Tiere, die alle eines gemeinsam haben. Kaum auf der Welt kämpfen sie ums Überleben. Wir zeigen ihre merkwürdigen Essgewohnheiten. Ihre Streitigkeiten in der Familie. Und wie ihr Nachwuchs seine Welt entdeckt. Es ist eine Welt, in der die großen Tiere unabsichtlich oder auch mal mit eindeutigem Vorsatz zu Feinden werden. Und wo alles, was von oben kommt, nicht unbedingt gut sein muss. In diesem Action-Movie sind die Rollen klar verteilt. Als Nebendarsteller die ganz Großen. Und natürlich die lustigen Kleinen. Und in den Hauptrollen unsere winzigen Helden, die gegen übermächtige Gegner ums Überleben kämpfen. Willkommen in den Hidden Kingdoms. Im Königreich der kleinen Tiere. Die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020